Kleinwüchsigkeit ein Problem? So gehen Cem und Mick von Los Chupitos damit um. Handicap-Kleinwüchsigkeit? Von wegen. Das beweist die Band Los Chupitos. Wir treffen Cem und Mick im Serious Music Musikstudio von Produzent Raris und erfahren, sie haben überhaupt kein Problem damit klein zu sein. Sie unterscheidet nämlich gar nichts vom normalwüchsigen Promi. Er ist halt 1,80 groß, wir sind 1,40, 1,30, 1,20 groß. Es ist einfach nichts anderes, außer dass wir ein bisschen kleiner sind, aber trotzdem ganz normal rüberkommen. Wir haben genau die gleiche Einstellung, die ein normalwüchsiger Mensch hat. Aber mal ganz ehrlich, so ganz wie andere Leute sind sie ja doch nicht. Also erzählt doch mal, nervt euch zum Beispiel diese Reaktion? Ach, seid ihr süß! Ach, wie süß! Das meinst du? Ach, wie süß! Bist du denn? Ja, also das kann man, also es kommt darauf an, wer das sagt. Also zuerst. Wenn es ja eine junge Frau sagt, dann nehmen wir das als Kompliment. Und manchmal, also manchmal nervt es, wenn es so falsch rüberkommt. Doch alles halb so wild. Nach jahrelanger Erfahrung mit solchen Reaktionen wissen Cem und Mick damit umzugehen. Das ist einfach so, dass wir dann entweder sagen, geht am Hintern vorbei oder entweder die Leute sogar manchmal darauf ansprechen, möchtest du ein Foto von uns haben? Hier, kriegst du eins. Also einfach die Leute darauf ansprechen, weil wenn die uns 10 Minuten angaffen, was soll das? Aber auch wenn sie das verärgert, so streng sind die beiden dann doch nicht. Es kommt darauf an, wie dieser Mensch das rüberbringt. Sehe ich, dass er es wirklich ernst meint, respektvoll behandelt gegenüber den Menschen, dann natürlich, dann gehe ich auch auf den Menschen zu. Und wenn sie auch hübsch ist, warum nicht, nehme ich sie mir. Dann mal los mit der Flirtoffensive. Denn die Jungs von Los Chupitos sind zwar ein bisschen anders, aber das macht sie eben ganz besonders. Jetzt.